Guten Tag a todos, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst von Deon Jukum, also hier so Thyssen oder Jas, Hola, herzlich willkommen, und möchte Herr uns hier, Hola, topf, segnen. Ich würde freuen uns, wenn wir uns wollen den Gruß lesen, den wir am Bulletin haben von Deon, der sagt es dort. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist mein Lebenskraft, vor wem sollte ich mich grauen? So, das ist ein wundervolles Versprechen, das wir haben, hier so, was der Psalm ist, uns geben, das sehen, finde ich es im Psalm. Der Herr ist uns Licht und der Herr ist uns Heil. Und wir können Tiet leben, wo wir angemeldet, eure Arme haben, und so wieder. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, dass Gott uns das Licht, dort wie sein kann, falls all die Triebsal, die wir angemeldet haben, und heute haben wir uns auch der Lebenskraft, um dort wieder vor den Dach zu drehen, dort wie Brücken uns nicht grühen, dort wie können wir auch anvertrauen, und dort wie können wir den Kopf haben, um wieder zu gehen. Ich würde freuen, dass wir uns können Hauptneigen zum Gebet. Vor dem Himmel, wir kommen mit Todi und sagen die Dank für diesen Tag. Ich sage die Dank für diese Stöhnen, wo wir hier können, eingestellt, zu kommen, für die Friede, die wir haben im Land. Und ich bete, dass wir mit uns sein, durch diesen Tag. Ich bete, dass wir mit jedem einsehen, dass wir Gottesdienst mit Botschaft, mit Vorträgen, Gesang, und dass wir das nicht so verbringen, dass wir das nicht so verbringen müssen, dass wir das nicht so verbringen müssen, dass wir ein Segen sein für die Gemeinde und die Amtgebung. Ich danke dir für das Licht in dieser Welt, dass du das Heilig hast, dass wir frei sein können, dass du das Heilig hast, durch Jesus Christus, dass wir ein Licht sein können für die Amtwelt. Ich bete, dass wir uns in jedem einen den Graf geben, dass wir das nicht so verbringen können, dass wir das nicht so verbringen können, in unserer Amtgebung. Ich bete dir wieder um den Segen des Gottesdienst. In Jesu Namen. Amen. Wir wünschen uns, die Gesangleiter würden uns kommen mit der Anleidungsleiter und Läden. Wir wünschen uns, die Gesangleiter 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 und Läden. Guten Tag a todos. Ich stelle ab, wo du posten, das ist für die erste 2 Löhre. Das erste Wort, wie wir uns bei uns sehen, das heißt, das steht. Dort auf Golgatha stand einst ein alt, rauhes Kreuz. Das fängt hier in der Bicke, auch in der Matrone und Farfittig. Dort auf Golgatha stand einst ein alt, rauhes Kreuz. Steht sein Zimmer von Leiden und Wehen. Doch ich liebe das Kreuz, denn dort hinkt ein Sterre und in ihm ich das Gottesdang sing. Scherzen werde ich das alt, rauhes Kreuz, bis ich Jesus der Blick auf dem Treu. Ich will halten mich fest an das Kreuz. Einst erhalt ich dafür eine Kron. Dieses alt, rauhe Kreuz, von der Welt so verrückt, Seht mich wunderbar, mächtiglich an. Hat doch Gott Gottes Namen, das von Tron zu uns kam, für uns Sünder genüge getan. Scherzen werde ich das alt, rauhe Kreuz, bis ich Jesus der Blick auf dem Treu. Ich will halten mich fest an das Kreuz, an das Kreuz. Einst erhalt ich dafür eine Kron. Diesem arg, blauen Kreuz, bleib auf Himmelricht, ruhig, trage will ich mich Schande und Wohl. Einstens ruft es mich ein, wo ich ewig darf schauen, seine Herrlichkeit vor Gottes Thron. Scherzen werde ich das alt, rauhe Kreuz, bis ich Jesus der Blick auf dem Treu. Ich will halten mich fest an das Kreuz, an das Kreuz. Einst erhalt ich dafür eine Kron. Jesus Christus starb für mich, Jesus Christus starb für dich. Jesus Christus starb für mich, Jesus Christus starb für mich. Jesus Christus starb für dich. Jesus Christus starb für dich. Jesus Christus starb für dich, für die ganze Welt, starb für am Kreuz. Herr, er nahm unsere Schuld auf sich. Herr, ich danke dir, dass du mich liebst, deine Gnade gilt auf mir. Danke, Herr, dass du die Schuld vergisst, ich will leben, Herr, mit dir. Jesus Christus starb für mich. 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 Wenn du dich liebst, deine Gnade gilt auch mir. Danke, Herr, dass du die Schuld vergibst. Ich will leben, Herr, mit dir. Jesus Christus, er ruft dich. Jesus Christus, er ruft dich. Mach dich auf und folge Jesus noch. Er nahm unsere Schuld aufs Weg. Herr, ich danke dir, dass du mich liebst. Deine Gnade gilt auch mir. Danke, Herr, dass du die Schuld vergibst. Ich will leben, Herr, mit dir. Danke, Herr, dass du dich liebst. Wie tief muss Gottes Liebe sein. Er liebt uns ohne Massen. Hat seinen Sohn an unserer Stadt für alles wissen lassen. Der Vater, der Vater, sein Gesicht verbarg. Als er der auserwählte Stab gab er uns neues Leben. Ich schaue auf den Mann am Kreuz, kann meine Schultern sehen. Und voll Bestimmung sehe ich mich bei den Spörter stehen. Für meine Söhnen. Für meine Söhnen ging er dort. Sie brachten ihm uns Leben. Sein Sterben hat sie ausgelöscht. Ich weiß, mir ist vergeben. Ich werde dir keiner macht der Welt und keiner Weisheit trauen. Auf Jesus tut. Auf Jesus tut und auferstehen will ich mein Leben bauen. Ich habe das alles nicht verdient. Ich habe das alles nicht verdient. Ich lebe durch seine Glade. Sein Blut bezahlt für meine Schuld. Damit ich Leben habe. Ich bin und ich bin und bin in der Gine. Ich bin in der Gemeinde und ich will. Vielen Dank für Ihre kraftliche Merzungen und danke für Ihre Gruppen. Wir wollen den Karten bleiben und auf unseren Bulletin durch den Bekonten bleiben. Wir wollen den Karten bleiben und auf unseren Karten bleiben. Wir wollen den Karten bleiben und die Sitzung werden in Blumenau sein. Wir wollen den Karten bleiben und die Organisation werden in diesem Karten bleiben. Wir wollen den Karten bleiben und wir wollen den Karten bleiben. Wir wollen den Karten bleiben und wir wollen den Karten bleiben. Wir wollen den Karten bleiben und wir wollen den Karten bleiben. Wir wollen den Karten bleiben und die Familien haben in der Familie geplant. Wir wollen die Karten bleiben und die Informationen geben. Wir wollen die Familien anbieten, damit die ganze Familie kommen und die Baby-Shower kommen können. Und dann noch ein Ding, was ich nicht proben habe, ist für die Kinder-Jugend. Ich mag Ihnen sagen, wenn es passiert hier in Krien ist, dass Sie an die Kinder zu sehen, den 23. März. Hier ist ein Gymnasium. Hier ist ein Gymnasium. Du fern Klark zwei. Bei Klark zwei werden so ein Game-Send für Jüngst. Sie lohnen Ihnen alle meine Jugend an, die Korn betrachten. Und dann habe ich auch die Bekontmärkung für die Jugend, für dieses Werk. Du hast den Kissen erreicht und dann auch Volleyball für die Jugend. Wieder wollen wir immer gut die Danksagen und Gebetsanliegen, die wir hier am Bulletin haben. Und das ist auch die Karte, die wir hier haben, wenn wir Gebetsanliegen sind, die wir hier haben, verbeten. Das kann ich hier erwähnen und dann werden wir dort ein Gebet nehmen. Für wen? Okay, Bernhard Schmidt. So, wenn wir nicht mehr sind, dann würde ich freuen, sonst könnte ich Hauptneigen zum Gebet. Für den Himmel, wir kommen hier zu dir und wir sagen dir Dank für so Gesundheit, wie die gemischt die Kanzel, wo die uns dort leben, die eben da ist. Und vorhin, die wir zu sein, nicht alle, die die Gesundheit so haben, wie die hier so der Mischte haben. Das ist ja gut erwähnt worden, das ist ja gut erwähnt worden, dass die Brüder haben, dass es nicht so gesund warst. Wir beten für alle Kranken, die hier in der Gemeinde sind, die wir nicht nur müssen erwähnen, Nexus, die wir nicht mehr als Spiegel haben, die in der Gemeinde sind die nicht mehr bedenken, die wir jetzt sprechen darauf. hier von Krupp und was immer sie brauchen, durch diese Tüte zu gehen. Nummer eins, dass sie sich machen und die Hälfte, dass sie sich machen, für die Krupp siegen und dort werden wir durchdrehen und werden wir Genesung geben, wo immer dort die Wahl ist, dort werden wir uns üteln von der Krankheit, wo sie auch leben. Ich würde euch bedanken für die Mission, die durch die Welt getrunken wird, wo die Wirt wiedergebracht wird. Wir bedanken euch für die Mission, die hier lokal gebracht wird, in der Kuktemok, mit der Ausstattung von der CMM, wo verschiedene Dinge geboren wird, wo die Wirt wiedergebracht wird. Wir beden euch für die Person, die dort anlebt, die sich Brückenloten verdient. Wir bedanken euch für die Tüte, die sich nehmen. Wir beden euch nur an deiner Leitung, an deiner Krupp und Maut, dass wir wirklich in deines verdient haben und dass die dadurch groß mehr Menschen erregen, dass wir das Evangelium hören und auch annehmen und dass wir geraten werden. Wir beden euch für die Sternreich Bibelschule, für alle Lehrer und Schüler, die die Univara für das Jahr dort an einem Einkämpf, dort ja verschiedene extra Spornungen zu lassen, wo sie sich beschaffen und Examen zu merken. Wir beden euch nur für die Schäuble, die Lehrer, wo sie vergebraucht haben, dort wollen wir auch zu sehen sein. Und auch für die Schäuble, dort wollen wir mitnehmen, in der Horten beworben, dort wollen wir auch fertig sein, dort an seine Hilfskommen, dort durch so eine lokale Gemeinde wiederzudrehen, wo sie hier geliebt haben und dort die Kurs verheiligt worden, durch so eine Bibelschule. Wir beden euch an den Geist, dort haben wir auch mit oben sein, wenn wir uns hier so mit der Botschaft wieder geben wollen, dort muss am Läden, am Wirt geben, in so ein obenes Wort von jeder Einzelheircher, dort wir können aufmerksam sein und dort die Kurs verherrlicht worden, die ich der Botschaft der Jungs verbringen werde und wir werden wieder am Dienst sehen, auf diesem Gottesdienst. In Jesu Namen. Amen. Wieder habe ich ein extra Gesang von Mary Klaassen. Amen. 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 12-15-16-22 oder Welcher König, der aufziehen will, um gegen einen anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und überlegt, ob er dem mit 10.000 begegnen kann, der mit 20.000 gegen ihn kommt. Wenn nicht, dann schickt er, wenn jener noch fern ist, eine Gesamtschaft und bittet um Frieden. So kann auch keiner von euch, der nicht allem absagt, was er hat, mein Jünger sein. So wird den Tag wieder hier wie Abraham der Tiet zu der Botschaft bringen. So wird den Tag wieder wie Abraham der Tiet zu der Botschaft bringen. Und dann steht, dass er eine Rache sieht, in der Chor, ein Gleitschir, in der Windschirle, das Groten angekriegt, nein, nein, ich pöse den Tag. So gleiche, wenn ich das sage, nein, nein, ich pöse den Tag. Tue und koste, dann koste ich den Tag Ihnen. Das Thema habe ich gesagt, die Kosten berechnen, eher wie ein Term beurteilen. Wir machen einen Kasten überschlag, mehr als ein Presupposter. Ein Presupposter, das meint bei mir, wenn ich ein Denk merken werde, ich halte mal oder was immer, dann merke ich ein Presupposter, das meint, wird mir ein Denk um ein Wort kosten. Nicht wird es der Untooling, oder nicht wird es der Denk und den Denk, der Requisitos, nur die Presupposter, das meint, wird das Ganze, was mir das am Schluss kosten wird. Nicht gehen gerne kurz da, aber wenn du wirst anpassen, wenn du wir das anpassen, was der Code kosten wird, dann wirst du deinem, dann wenig, wenn ich dich pöse, dann wirst du den Tag nicht warten, na viel du wirst an den Code tun. Du satt Tags, du hast entrust, du hast segura, sag du nicht, was alles, so, wenn du das anpassen, wenn du das anpassen, dann nehme ich die Gescheidung ein gutes Ausfluss, dann hast du mir kein Presupposter. Wir wollen nicht einmal gucken, nur Bedingungen, was Jesus in seinem Presupporten nennt, Bedingungen, was das kostet, dass Jesus seine Gänge zu sehen. Hier in Lukas 4. Vers 54 sagt er, du wirst ein großer Mensch, was Jesus hängt an. Jesus dreht sich einmal an und dann sage ich, wer nicht will, sie in der Familie hassen, sie in ihr Leben hassen, und sie in Kriegsabzug nehmen, und mir hängt an, der kann gar nicht mehr sein. Dort rede ich von Hasen, wie kann ich in unserer Seite sagen, Gott, mein Leben aus der Familie. Dort kann ich meinen Hasen, wenn es auf der anderen Seite sagt, wer sagt, hey, läuft Gott, den Hasen, den Brauder, dort sind Lena. So, das Wort Hasen, das meint hier nicht direkt in Hasen, aber dort ist ein Vergleich, wofür wir Gott leben sollen, je in der Familie. Wofür wir sollen nur Gott horchen, entsteht nur die Familie, entsteht nur das in ihr Leben. So, die erste Bedingung stahlte hier, Gott, mein Leben aus der Familie, Gott, mein Leben aus seinem eigenen Leben, um sie in Gänge zu sein. Zweitens sagte er, dass die Kriegs abnehmen und am Hängerung gehen. Dann, wenn wir immer was gucken, was ist dann in Kriegs. Und mir gefällt, wie es wird, was William McDonald schreibt, was in Kriegs in Sinne üben wird. Er sagt, in Kriegs, dass es nicht eine Krankheit, in Kriegs ist nicht ein schwerer Ding, was uns im Leben beginnen wird, sondern, wenn wir uns freiwillig wählen, Jesus nur zu folgen. Und das Ding, was uns dann beginnen wird, beim Jesus nur folgen, das schwere Ding, dort ist ein Kriegs. Dort ist ein Kriegs, was Jesus wird von Absicht nehmen. Krankheiten und alle schwerer Ding kämpflich im Krieg sein, aber dort hat die Welt auch. Die Sünder waren auch krank. Und wir haben das nicht im Krieg, was sie am Jesus in den Hohen Drehenden. Die Sünder, die kommen vor gutem Übungen durch die Schwere Tüden, aber wir haben das nicht im Krieg, was sie am Jesus in den Hohen Drehenden. So, in Kriegs ist es in Wahrheit, was wir uns wählen, zu gehen. Er sagt, dass es in Wahrheit, wo es kein Schoen sein, wo es kein Lieben sein, wo es keine Einsamkeit sein, und sogar der Drehenden. In den Wahrheit freiwillig wählen, am Jesus in Solven. Dort nennt er in Kriegs. So, die zweite Bedingung, das Kriegs abnehmen, in Jesus hänger an zu gehen. Das hört sich nicht so anzuladen, nicht so? Das hört sich nicht so anzuladen, wo der Jesus sagt, wer der beladen ist, der soll mir hänger ankommen. Kommt nur mir, ich glaube, nicht erquicken. Ich bin gekommen, in die Welt zu siegen und selig zu merken. Das hört sich nicht so anzuladen, wo der Jesus hänger anzuladen ist, nicht so? Weil wir wollen einmal anzuladen, diese Gruppe Menschen, die Jesus hänger ankommen, wo wir hinkommen, die Jesus hänger ankommen. Das Tag sagt hier nicht direkt, aber wir wollten, dass das Volk Israel, das hat so eine Schwörung gemacht, dass seine Hände auch würden, weil er losworen von der Räume und weil er keinen, und ich nicht direkt kann. Und sie dachten, dass Jesus wird euch sehen, was das wird tun. So gehen geht es hier, hänger an, und wenn wir gleich sehen, dann wird Jesus hier nicht alle auf dem Weg, nur Jerusalem. Vielleicht nach Monaten fahrt ihm, aber wir wollten, er ging die Verte, er hält ab Städten an. Aber wir haben hier, dass ich verstehe, alle auf dem Weg, nur Jerusalem. Und diese Hände, Menschen, die haben ihn hänger an. So was ging an diese Menschen in ihr Kopf her? Wenn sie dachten, dass nie wir diesen Geist hänger ankommen, was Jerusalem, und er wird uns viel zu tun, und er wird uns Kandidaten sein für Präsident, und er wird uns wieder losmerken, und wir können uns alle, er wird uns kurz für eine Pföster geben, nie wir wir uns als Israel sein, dann werden sie sehr erreicht. Dann würden sie sich sehr, sehr täuschen, wenn sie sich bei Jerusalem werden. Wenn wir uns mit der Anstellung, Jesus hänger ankommen, dann wird das als König, und es wird nichts mehr von den Räumen, dann wird es etwas leichter mehr, und dann werden wir nicht mehr so viele Tagstüren. Und wenn wir nicht überleben, dass Jesus durch den Krieg angebracht wird, dann wird Jesus eine furchtbare Täuschung gewesen. Aber wir wollen sie so wissen, wie sie hänger ankommen. Wenn Jesus dort wird viel, viel geratet, betet, und wichert dort in Jerusalem, aus ihr König geworden, aber sie würden sehen, aber in der Anstellung, wenn er nicht heute gesagt hat, wird Jesus nur folgenwerklich bedient werden. Im zweiten Zweifel wird nur den Kostenüberschlag kicken. Kicken wird es kostenlos. Und Jesus hat hier ein paar Dinge erwähnt, wird es Absicht haben, nur zu folgen. Er sagt hier in Vers 28, und er sagt dann, wenn er in den Tarm war, dann sagt er in den ersten Modul, und dann sagt er, dass er in den Tarm war, den Tarm vorrückte mir. Wenn er nicht braucht, wenn er den Tarm aufhauen hat, oder den Grund gelegt hat, dann zu Schönen gehen, und dass die Menschen dann eben gesparten, und sagen, ma, der will in den Tarm bewegen, hat er nicht gebetet. Ich brücke hier das Beispiel von ein Tarm, wie er in den Tarm war vorrückte. Ein Tarm war für den Isakgebiet, und ein Tarm war für den Isakse Hirschgebiet aus dem Gebiet. Warum soll ich in den Tarm ein Signal einstellen? Aber es wird nicht ein Signal sein, dass es ganz oben auf den Spitz des Tarm war. So, was wird er halten, den Tarm drei Viertel hochbewegen, und dann machen wir ihn abgeben. Da fährt er einmal nach, das letzte Viertel, wo das Signal ist. Und da wird kein Sand mehr den Tarm rüßt, was er bewegen kann. Denn, wenn wir das beiden Warten wieder nicht, wenn ich ihn vorrückbewegen, dann kann er dort spart, verbehen, dann können die Menschen nicht sparten, und sein, der Hasse wird vergenommen, und kann er nicht durchbewegen. Er sagt, dass ich irgendwer glückerlich in die Rechnung gehen und schaue ihn aus, dass er etwas gewöhnen kann. Ich glaube nicht, dass das Format den Oberg will angrühen, er will ihn wohl oder ihn wohl angrühen. und er will ihn wohl angrühen, aber er will in der Hand was er durchhalten, was er beständigkeit wiesen, und was nicht, sie denken, mach, nicht nach der Nacht abstoßen, da wird glaube ich ihn nicht schaue. Er will ihn wohl angrühen, und er will sich bewusst sein, woran er was er regnet. Er will beständige Arbeit und kann er direkt auf dem Gehen. So er sagt mit Jesus, er will nicht die Menschen angrühen, am Not zu folgen, sondern er will. Er sagt, dass er alles er will, meine Lose ist leid, die wachst du kennen, ob ich will haben, die sonst die Kosten überregnen. Wenn du dich in Gängersen wachst du dich hält, du dich beständigkeit wiesen, in der nicht die Welt, wo Herr Luther er entspott hat, in sein Drittwort mit den Christen ist. Wir hören mal zum Überblick, dass ein Mensch sagt, dass das ich mir nicht verholt habe. Er hat das ich mir nicht sehen darf. Er hat das mir nicht gesagt, und ich fahle mich umgeschmert. Jesus hat uns nicht mit Les er zu kommen. Er er zu kommen, er zu kommen, dass er der einzige war, zu sein, zu sein, der ich bin. Er zu kommen, wir sind für immer in der Hall verloren, wenn ich zu kommen. Aber es sei, sei, um zu tun, zu kommen. Und er will uns auf die Kosten wiesen, dem, dass wir waren schon möglich durch Höln. Was kann wir dann garantieren, dass wir durch Höln schon wie Jesus? Weil dort das sei einfach, bloß wie Jesus blieben. was 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 verlassen, he nan sich der Gäude hoher und der Gäude hoher der geht seine Schub vorab und wo die hoher gehen kann, du kann die Schub öpp gehen. So keine Freude, mit Jesus tob, mit Jesus vorab kann wir seine ginge sein und seine ginge blieben. Wenn ich denke und ich kann es tun, will auch muhl den was hauptet dann noch ich muss die kosten zu überschlohen und dann will ich das eine wissen dann ist der Petrus feiert vorab sagt Lut dient der hat eine Versicherung die nicht wird fremdet sein. Wir sagen es weiten dass die 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 meier der meiht das wird fremdet und so uns nicht merken so voll nie es alles üht Wenn du jemanden fragst das echte Freu und steht hier in trich wo wen blieben so viele Menschen nicht trü dann tschat mir das fahrt an von den Kosten über regnen eier enttouren wir Wir wollten das einen doel easy haben wo wen Menschen nicht trü blieben satan es immer wieder arbeit er will Menschen aufbringen er versiegt die Menschen und wir gewinnen was wir ein simul am kampf an zu kosten nicht ever regnen tun wenn wenn Petrus rät von so der hat nicht wird fremde sein nicht klein oder wird wieder gewöhnt es dann fällt mir die kolonia oasis bi kolonia oasis es nicht jähnt mit einem gröten hat des sommer so was mir im Bild merken du trai zwei personen haben und die sind spät nicht auf oasis gewaft des sommer die eine person die hat keine Idee die denkt oasis dort hier ist nur wut da würden palmas sein hier ist eine färne frische gehen sag wir oasis trai du warte mag lich sein und trai der winter oasis und ja schauft wohnt du und dann kommt der fahrerjohn und kommt der so starb dann denkt er so no das hat immer nicht rei gemerkt das das mit da und dann jäfft er wird im Sommer und heute Tag mit Sonne schien keine Wolken und dann denkt er das hat wird von alle Korn trägt dort stand nicht er gläu und trai gefüt das steht hat wir nicht fähig da ganz eine andere Person die haben gesagt weißt was wenn du was ist trei denkt an dort wird anders was dem du püß mit weißt was der Sommer tanzt in der hat dann ja dann trägt dann wirst du schalten sein und dann ist noch nicht muss reich maglich man hat noch einen Bruder keller an mir weil das und dann kann mir noch noch was ist tragen ich noch noch was ist trei man kommt der fahrer und hat der Sonnsturm aber ja das ist der Sonnsturm sein das okay kann ja das sagen wir gleich über naja kein guter keller und eine pene haut dort wird schaufen das nicht nur ganz seit mir vergestalt hat schaufe geht so da ist ein Unterschied wenn wir denken wo das ist da ist nicht das Denk ist offen der von den dünn aber da merkt uns ein Unterschied wann wir ich bin sind das wird für die erste Person nicht sein an mädliche warst blieben dort wird vor allem nicht heute als für die zweite Person wobei heute sich anders vergestalt und nicht zu eat heute könnten oder nur was gehen und fragen was der war sonst starben jährt naja morgen war nicht sein passiert nicht oder was der hat oder war das war mir am antwort auch so bis pferde war das ist nicht jeder dach so das dauert ge hoffen krass im christen leben wenn wir nicht haben und wir kommen wo es schwierig war dann kann wir an die frin gehen und sagen hey weißt was ich sagte so kann auch keiner von euch mein jünger sein der nicht allem entsagt was er hat nur wem darf ich hirchen wenn ich eine Entscheidung machen die erste welche Entscheidung ist einmal die Bekierung Jesus aus persönlichen Heiland und Herr im Leben annehmen wenn ich eine Entscheidung stuh und Jesus seine Stamm konnte hirchen gab die Hand und konnte der Freund ihre Stamm hören nein das ist nicht das ist eine Freude nicht nur wohnen Stamm habe ich ich weiß nach wie johren Träume ein Mann sehr er hat früher die Person die Freund wird die oft frohden der Jesus nur folgen ist der Freund er sagt nee das nicht Gott ist den Fiend in der Tjahel Stamm ein Mensch wird die Ophroden lebt vor aller Ewigkeit im Himmel zu sein dort konnig din Frend sein konnet ein Mensch wird die Bereden vor aller Ewigkeit in Hall zu sein als dort din Frend Tjahel Nud Nud Bekirung Nud die Entschärung von Jesu Not folgen man alle anderen Entschärungen taub hosen mit dir eine Entschärung Wenn der Pianer den Ton A einmal drehen kann, dann kann er das Instrument anstellen. Und ich glaube, dass die Frage des Herrn, dass er einmal wissen kann, wo er geschaffen wird, wo ein Ton A nicht stemmen wird und wo wir ein Instrument auf Ton A anstellen können. Das Mann hat erfolgt. Der Pianer hat den Radio Station an. Das Mann hat erfolgt. Der Pianer hat den Radio Station an. Er hat den Pianer auf Ton A anstellen. Er hat den Instrument anstellen. Kostet ihr von nie wieder Salz, die da ohne Ton A anstau? Kostet ihr von nie wieder auf Ton A anstellen? Danke. Wenn Jesus Christus einmal hart geworden ist, er hat ihn in seinem Leben, dann schafft er unsere Entschädungen. Oder nur Ton A anstellen. Jedes nante Familie hier erstens ab, sei ein Sohn. Kostet ihr von nie wieder auf Ton A anstau? Und er sagt, keine Familie kann die Aufbeherrn mitkommen. Und keine Familie ist, dass die dauerliche Entschädungen trafen. Aus nur mir. Wenn der Mensch sich wohl bekehren, dann soll nicht nur die ganz nutzte Person am Tian aufreden dürfen. Auch nicht die ganz nutzte Person in der Mensch, in seiner Familie, soll die Entschädungen Tian bestimmen. Wenn Jesus die Entschädung bestimmen, was der Mensch in seinem Leben soll tun. Wir können sich proben. Even wenn es nur Person sagt, Do dit, dort wurde wir entschaffen. Aber wenn du folgst, dort Jesus war ein anderer, war ich. Dann gestern war ich, was Jesus sagt. Wenn meine Früh im Stuhwort schafft, und wenn sie stößt, das war es zu Ende. Sie haben auch ein Wechselträge gekriegt. Sie haben ein Po einer Päse zu fehl. Träge gekriegt. Und ich dann sei, nein, nein, nur bis Tag. Dort ist das Stuhwort drüber. Ihr könnt alle abholen. Forget it. Und sie hat überweitet, so sie träbren. Da wollte sie die Pfarrer träbren. Die Wort nicht nur mir harchen. Und sie denken, na, das ist mein Mann. Viele Menschen, wenn ich etwas für die Pfarrer träbren habe, dann wenn sie verantwortlich verdäbt, dann lief das. Wenn der Herr schaffst, weil sie den Schaden verantworten, was Jesus will handeln. Wenn er nicht, wenn er das nicht verantworten, dann war er nicht mehr reichen. Dann war er nicht mehr da. Aber er hätte das nicht. Um immer zu tun, während der Frau sich den Schaden verantworten kann. Er könnte wissen, was Jesus sagt. Der nächste sagt, hey, du kannst nicht mehr in Gänge sein, wenn ich in ihnen nicht leben, hoßen das. Jetzt war er dort gut hoß, und dann meint war er, die das Jesus feiert in ihnen nicht leben nehmen. Und jetzt vielleicht eins, wo man es ist, das Spannste. Wie gleich ans Leben geländlich sei er. Anstatt sei er, sei er wichtig. Die Dinge, was passieren würde, haben wir uns persönlich nicht leben, nicht wirken Das Geld, was ich hier verbringen würde, ist, was meine und die Ökonomie das Tausaten er affekt hat. Die Ehe, was ich kreien oder verlieren, da ich das Ding tun, ist mir sehr, sehr wichtig. Mein Name, was ich halen oder verlieren, da ich das Ding tun, ist mir sehr, sehr wichtig. Das einmal wird dann, weil ich den Ton angeben will. Dann sollen die Dinge sich leider nur mich einstellen, dass sie mit mir in Harmonie sein, nicht der, dass ich nur Jesus mich will einstellen und mit Jesus in Harmonie sein. Jesus sagt, gieße eine Zoll von ihr, und Zoll, es blöss wird voll, wenn es dort eine Kruhe in der Wirkung hat. Wir bringen Zoll, dem Ehen in Geschmack bebringen, dem Ehen auch bebohren, dem Ehen geteilen und so wieder. Wir bringen Zoll, rein blöss, wenn die Kruhe vor der Haust. Jesus sagt, Versparendartig, das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich, man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Christen sind hier, die in der Welt in Geschmack geben. Geh es ihnen grob, sollt ihr euch die Christen schaufen. Wenn dort nicht das, dann sei es, wie es soll, wird nicht eine grob haben. Es ist, weil die Karte noch einmal trägt kommen, nur die Familie, was Jesus sagt. Er sagt, nicht deine Papa, nicht deine Mama, nicht deine Früh, nicht Kinder, nicht Bräuer, nicht Sesterin, auch nicht an ihnen leben, sondern nicht an ihnen drehen, um nicht ganz für Jesus zu leben. Bloß wer es in den Krieg trägt, und Jesus nur folgen will, kann sie englisch sein. Und mit Jesus ihnen grob, schafft das Geld die Kosten zu tun. Und Jesus ihnen sieht, wo wir den Krieg wieder gewähren. Und Jesus, als der Einziger war ich im Himmel, war er noch beten. Ich danke dir, dass du die Gäste geschickt hast, und hier und so alles betult hast. Und ich danke dir auch, dass du in deinem Wort hast, hingehluten, wo die Kosten sind, die nur zu folgen, dass wir dir verutweiten können. Aber ich danke dir ganz besonders für die Kraft und die Gäste, die in Gäste sind. Und ich danke dir für den Lohn, für den schönen Himmel, und dir eurer Hass für uns. In Jesu Numen. Amen. Ich danke dir für die Beschreibung, und die Bibel hat vielleicht, wo wir uns einen großen Eberschlag kriegen, wo wir uns einen großen Dät. Vielleicht nicht, dass der Chor, was ihr im Anfang erwähnt habt, und ich danke dir, dass ich die Zeit habe, wo du dann deutlicher Fortschritte geschrieben hast, was sie wollen haben, was wir uns geschrieben haben, wo wir nicht weiterführen wollen, was wir uns geschrieben haben. Du willst dann auch Gott dankbar, dass er das Klormazin wurde, der Kassenüberschlag erst durch, und ich möchte Gott die Sehne für das Wort. Wir wollen hier das Schlusswort haben, und dann nur das Wort Abraham uns mit den Sehnen. Und dann nur das Wort. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Schenk euch, bis wir uns wiedersehen. Durch das Todesblut, durch Fähre, Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Wiedersehen, 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 Einst vor Gottes Thron, wie ihr steht. Wiedersehen, 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 Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Wiedersehen, 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 Einst vor Gottes Thron, wie ihr steht. Wiedersehen, 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 Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Wiedersehen, wenn euch, bis wir uns wiedersehen. Wiedersehen, 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 Einst vor Gottes Thron, wie ihr steht. Wiedersehen, 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 Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Wiedersehen, 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 Wenn sich Wetter Wolken tümmen, Wenn sich Wetter Wolken tümmen, Möcht sein ewiger Raum euch schärmen. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Wiedersehen, 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 Einst vor Gottes Thron, wie ihr steht. Wiedersehen, 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 Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Ich glaube, dass wir uns neigen können für den Segen. Gott sei uns zugeneigt und segne uns. etwas mit demnach planes anbringen, 듬뿍, tack ch Vielen Dank.